Ja, ist da ja eine komische Tasche. Krieg ich jetzt was von dir? Ja! Was? Ist das auch noch? Olle, ey. Ne, abgeschlossen. Du kannst mir mal. Ach, die kommt jetzt mit mir mit, ey. So was finde ich ja echt geil. Hier, willst du die? Gut, kannst du das Gemälde haben. Bitch. So, müssen wir weg. Der Typ kann endlich mal mit seinem scheiß Benzin kommen. Flipp hier gleich aus. Gucken wir mal, ob die Alte das überlebt. Ich sag nö. Untersuche das Buffet, können wir mal machen. Moment. All you can eat. Boah, ist ziemlich weit weg, ey. Mein Fahrzeug ist für den Arsch und... Ja. Untersuche das Busdepot, habe ich auch schon fast fertig. Ist da unten, oder? Fahren wir jetzt mal da oben hin. Carry, willst du mit? Willst du mit? Ich glaube, die sind nicht eingestiegen. Oh, oh. Irgendwas explodiert da hinten gleich. Selbstmordkommando, ne? Aus dem Weg! Das Ding geht so ab. Über die Brücke? Fähre. Moment, kann ich da besser langfahren? Nope. Dann müssen wir hier lang. Ich sag da sowieso, aussteigen. Ding brennt. Ah, gewinnen wir die Masse. Beide passen gleichzeitig am besten. Schön. Nur nochmal hier durch. Das ist einfach nur genial. Ist hier irgendwo... Wahrscheinlich da unten. Dürfte die Kombination Dingens sein. Oh, shit. Ich sehe eine Kombinationsmöglichkeit, die ich wahrscheinlich noch nie habe. Ah, hier liegt eine Panzerfaust. Geil. Ziehen wir erst mal weiter. Weg mit euch! Weg mit euch! Weg mit euch! Boah! Das Ding ist gleich so hinüber. Und wir dann hoffentlich nicht. Level 15. Holy moly. Ah, die Fähigkeiten. Attribute. So. Goddammit. Wir kommen hier nicht weiter. Ich brauche meine Karte. Karte. Aber nicht. Kato Mission. Oh. Ganz, ganz, ganz fein. Oh, doch. Wir können hier rum. What the... Oh mein Gott! Nein, ich will es fahren. Bitte wenden. Toll. Egal. Können wir nichts machen. Da haben wir noch ein Auto. Hoffe ich zumindest. Zombie abschaum. Weg hier. Muscle-Card. Zeig mal deine Muscles. Hör auf damit! Scheiße! Steig doch ein, du komischer. Ich habe gar nicht gewusst, dass du noch da bist. Ich habe gesagt, dass wir Partner sind. Bleibt doch noch ein Verreck. Die helfen mir sowieso kaum. Süß. Hier sind wir doch. Ja, fahren wir noch nur um die Ecke. Oh Gott. Ich habe den Feuerwehrmann gesehen und bin ganz schnell weg. Oh, da ist doch das Buffet. Nein, hier. Oh, jetzt machen wir einen Kaffee trinken. Jetzt habe ich es gerade gestartet. Egal, machen wir das. Hey. Hier drin gibt es Essen. Warum so leise? Zombies? Schlimmer. Hey. Wer zum Teufel ist das? Du Scheiße. Du Scheiße. Schmeckt von meinem Essen. Oh Gott. Du bist doch echt genug für alle da. Ich sehe, wie du mich ansiehst. Weißt du was? Ich will Kohlenhydrate. Ich hasse Delleries. Ich habe Hunger. Sie können das nicht alles essen. Das wollen wir sehen. Boah. Ich habe einen Buss. Ich habe einen Kaffee trinken. Oh Gott. 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 Das ist so krank. Oh mein Gott. Und wir beschließen die Dicke auf dem Rollator mit einer Tildo-Kanone. Ich breche gleich zusammen. Ich kriege keine Luft mehr. Oh mein Gott. Ich umessen schreibe meiner Zombie-Apokalypse. Das habe ich noch nie gesehen und die ist auch noch so fett. Oh mein Gott. Ich kann nicht spielen. Das ist zu viel. Oh mein Gott. Ich habe mit allem gerechnet, aber das ist zu viel. Komm schon. Okay. Wie besiege ich die, Alte? Ja, der Panzerfaust. Ich mache ja auch immer Schaden. Oh mein Gott. Alter, das ist doch richtig schnell mit dem Ding. Das hat die wohl getunt, die Olle. Wie soll ich denn... Ah, ich kann zur Seite springen. Komm her. Oh, dann soll ich das doch eher schreiben. Komm schon, Salin. Das ist so krank, ey. Mann, wir sind die Leute, ja, wir müssen probieren und aufteilen. Und da kommt da plötzlich so eine Fette auf dem Rollator. Die mit einer Tildo-Kanone beschießt und das Spiel ist so abgedreht krank. Ach, die heilt sich, wenn die ist. Kann die aber auch. Einfach reinschaufeln. Oh, shit. Ich hätte nur drücken müssen. Ich hätte wieder ausgekotzt. Oh mein Gott, das ist echt krank. Das ist so krank. What the hell? Ich will in die denn so rennen. Oh, da hilft mir einer. Praktisch. Ich habe Hunger. Jetzt drin behalten, gut. Warum muss ich den vom Kotzen abhalten, weil das sicher so führerlich ist. Ich habe keine Waffen mehr. Wieso? Ah, da waren nur meine Handschuhe und alles. Okay. Dead Rising 3, das Saints Row unter den Zombies spielen. Die fährt im Kotzen durch die Gegend. Stirb, Darlene. Kick to the face. Boah, die geht sogar nach hinten. So heftig ist der Kotstrahl. Selbst bei gezogener Handbremse. Komm schon, spür den Roundhouse kick, du fette Schwein. Ich kicke, obwohl das ist so geil. Sauber, tot getreten. Fette Ding auf die Platz, du. Boah, oh Gott. Ich fühle mich schlecht. Oh mein Gott. Oh, du bist aufgefährt. Du machst mir vor Schmerz. Du kleines Schwein. Entfernung. What the fuck? Das war richtig krank. Heißt nicht umsonst Psycho-Mission. 20.000 PP. Ich gehe krank. Ich gehe... Boah. Jo. Ich gehe raus. Holy shit. Und jetzt würde ich sagen, nach der kranken Sache auf zu Red am Funktur. Oder muss ich erst mal verdauern? Das war für das Aufbauftempick. DasUCches. Ja, ich sch treffe. Ja? Untertitelung des ZDF für funk, 2017